Und die Spieler kehren auf ihre Positionen zurück. Ed Wilkinson, der Wigtown Wanderers, greift sich den Quaffle. Das ist eine schöne Faultierrolle, um diesem Klatscher auszuweichen, aber oh, er lässt den Quaffle fallen. Harris holt ihn sich und Paddelmeer ist wieder im Besitz des Quaffles. Er passt nach hinten zu Griffith, der ihn zu Gray wirft. Gray fliegt an Turner vorbei und passt zurück zu Harris. Harris ist auf dem Weg zu den Torringen. Wigtown-Hüter, Zach White, benutzt den Doppelacht-Looping als Verteidigungsstrategie. Das sieht man normalerweise nur, wenn ein Freiwurf ausgeführt wird, aber ich nehme an, White will kein Risiko eingehen wegen Grays Treffsicherheit. Gray wirft den Quaffle und... Merlin, wer hatte das kommen sehen? Ich zischte, als Gray von seinem Besen rutschte. Den Quaffle vergessen, klammerte er sich nur noch mit seinen Fingerspitzen an seinen Besen. Komm schon, drängte James leise neben mir. Komm wieder hoch! Ich biss mir nervös auf die Lippe und mein Herz begann schnell zu pochen. Was für eine spektakuläre Zuschaustellung einer gelungenen Abwehr von den Wigtown-Treibern Max Guevara und Benjamin King. Man sieht heutzutage kaum noch so präzise aufeinander abgestimmte Treiber-Doppelmanöver. Beide Klatscher haben zur selben Zeit dasselbe Ziel getroffen. Gray scheint jetzt wieder okay zu sein. Er ist wieder auf dem Besen. Ich stimmte in den Applaus einiger Leute um mich herum mit ein. Die Idioten, die hinter uns saßen, buten. In der Zwischenzeit hat sich Ward den Quaffle geschnappt und fliegt auf der rechten Seite des Spielfeldes nach vorne und wir warten immer noch darauf, dass einer der Sucher den sich bisher rahrmachenden Schnatt sichtet. Auch nach einer weiteren Stunde Spielzeit war immer noch nichts vom Schnatz zu sehen gewesen. Ich beobachtete die Sucher beider Mannschaften, wie sie wie Habichte nach ihrer Beute Ausschau hielten. Glaubst du, sie fangen ihn bald? fragte ich James. Kann ich dir nicht sagen, erwiderte er mit einem Achselzucken. Ich hab schon von Spielen gehört, die Tage lang dauerten. Oh, stöhnte ich, Toonie wird mich umbringen, wenn wir ihre Hochzeit verpassen. Mach dir keine Sorgen, Liebling, beruhigte mich James. Sie werden... Er hörte abrupt auf zu reden und wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Spiel zu. Einer der Wigtown-Jäger war auf dem Weg zu den Torringen. Wo ist Marshall? fragte ich, den Blick auf die ungeschützten Torringe gerichtet. Ich drehte den Kopf ein wenig und sah, wie er gerade von einem Klatsch am Arm getroffen wurde. Turner fliegt auf die Torringe zu. Er ist direkt vor dem mittleren Ring und versenkt den Quaffle. Ein Pfiff ertönte. Foul, rief der Schiri. Das Tor ist ungültig. Der Freiwurf wird ausgeführt von Paddelmeer. Die Kerle hinter uns begann mit Schimpfwörtern nur so um sich zu werfen. Verdammt nochmal, bist du blind, Schiri? Der war sowas von drin. Was zum Teufel stimmt denn nicht mit dir? Hast du Flübberwürmer im Kopf? Was für ein Scheißdreck. Wasch dir mal die Scheiße von den Augen. Das Tor war perfekt. Was tust du denn da? Genervt drehte ich mich um und blickte sie verärgert an. Der Jäger hat mit seiner Hand den Quaffle immer noch berührt, als er ihn durch den Torring befördert hat. Die offizielle Regel besagt, dass der Quaffle geworfen werden muss. Das nennt sich Nachtarocken und ist ein Foul. Merlin, lese doch mal ein Quidditch-Regelbuch. Das gesagt, drehte ich mich prompt wieder an meinem Sitz um und seufzte zufrieden. James drehte sich zu mir und starrte mich ganz erstaunt an. Was? Fragte ich etwas verlegen. Quidditch ist sehr wichtig für dich. Ich wollte es verstehen, also habe ich Quidditch im Wandel der Zeiten gelesen. Er umfasste mein Gesicht mit beiden Händen und küsste mich. Als er von mir abließ, hatte er ein breites, idiotisches Grinsen im Gesicht. Ich liebe dich, hauchte er. Er nahm meine Hand in seine und wir schenkten unsere Aufmerksamkeit wieder dem Spiel. Und Harris versenkt problemlos den Freiwurf. Es steht jetzt 140 zu 110 für die Wigtown Wanderers. Normalerweise ist etwas mehr zu erwarten, aber die Hüter sind heute in Höchstform. Wilkinson im Besitz des Quaffles. Merlin! Scott hat den Schnatz gesichtet. Ich stand auf, um eine bessere Sicht auf den verschwommenen, roten Fleck zu haben, der über das Spielfeld sauste. Hektisch sah ich mich nach Beuth um. Er war weit entfernt auf der gegenüberliegenden Seite des Spielfeldes. Cindy Scott verfolgt den Schnatz und Samuel Beuth ist auf der anderen Seite des Spielfeldes. Seht nur, wie er fliegt, um sie einzuholen. Ich habe noch nicht mal einen Fluch so schnell fliegen sehen. Tatsächlich raste Beuth über das Spielfeld, wie ich es zuvor noch nie gesehen hatte. Innerhalb von Sekunden war er nur noch ein paar Meter hinter Scott, die immer noch den Schnatz verfolgte. Beuth legte noch einen Zahn zu und nun waren beide Spieler so nah beieinander, dass sie ihre Ellbogen, wie man auf der Anzeigetafel sehen konnte, in die Rippen des jeweils anderen rammen konnten. Komm schon, Beuth, schrie ich. Schmeiß sie runter, rief James heiser. Die beiden rasten in einem fast senkrechten Senkflug dem Boden entgegen. Sie werden aufprallen, rief Dad. Nein, nein, sie schaffen es, schrie James. Er hatte recht. Mit ausgestreckten Armen brachten sich beide kaum zehn Meter über den Boden wieder in die Waagerechte und verfolgten weiterhin den winzigen Ball. Scott ist fast dran, schrie der Kommentator aufgeregt. Nur noch eine Sekunde und sie hat ihn. Ich beobachtete auf der Anzeigetafel, wie ihre Finger über den Schnatz kratzten. Nein, sie kriegt ihn nicht ganz zu fassen. Er rutscht dir durch die Finger. Beuth ist da und er fängt den Schnatz. Es ist nicht zu glauben. Samuel Beuth von Paddle Me United fängt den Schnatz und beendet das Spiel, kurz nachdem er Cindy Scotts Fingern entlitten ist. Das ist sein 14. Fang in Folge dieser Saison. Paddle Me erhält 150 Punkte und beendet das Spiel. Endpunktestand ist 140 zu 260. Paddle Me United gewinnt. Ich bekam den Endstand gar nicht mit, denn ich war zu beschäftigt damit, mir die Seele aus dem Leib zu schreien. Ich umarmte all um mich herum und presste meinem Dad einen dicken Kuss auf die Wange. Wir haben gewonnen, jubelte ich. Wir haben gewonnen. Paddle Me, schrie Dad zurück. James hob mich hoch und drehte sich mit mir im Kreis. Ja, schrie er. Das Stadion war schon fast zu laut. In meinen Ohren klingelte es aufgrund der Lautstärke. Sirenen und Tröten ertönten und die blau gekleideten Fans jubelten begeistert. Die rot gekleideten Typen hinter uns waren in ihren Sitzen zusammengesunken. Vielleicht habt ihr nächstes Mal mehr Glück, Jungs, rief ich ihm mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht zu. Wir unterhielten uns noch immer über das Spiel, als wir eine Stunde später an einer großen Sitzecke in einem nahen Muggelrestaurant saßen. Dass Boyd Scott den Schnatz unter den Fingern wegschnappt, habe ich echt nicht kommen sehen, meinte Sirius begeistert. Niemand kann ihn stoppen, verkündete Hestia, die in ihren Notizen blätterte. Der Junge ist dazu geboren, den Schnatz zu fangen. Ich biss ausgehungert in meinen bereits halb aufgegessenen Cheeseburger. Es war wirklich unglaublich, stimmte ich ihm zwischen zwei Bissen zu. Ich hab noch nie so etwas gesehen, erwiderte Dad, der immer noch dasselbe begeisterte Grinsen auf den Lippen trug wie zu Beginn des Spiels. Sie hatten echt Glück, Papa E., sagte Sirius und klopfte Dad auf den Rücken. Das war ein unglaubliches Spiel für ihr erstes Mal. Es war unglaublich, sagte James. Großartiges Spiel, fantastische Defensive und auch die Offensive war extrem gut. Die Würfe waren bei beiden Mannschaften sehr präzise. James, bei dir klingt das alles so technisch, neckte Hestia ihn. Kannst nicht eine Sekunde lang aufhören, Quidditch-Kapitän zu sein? Er legte sein pikantes Hühnchen-Sandwich auf den Teller und richtete sich mit wichtig machender Miene auf. Du könntest noch so einiges von Guevara lernen, Hest, teilte er ihr mit. Deine Schläge sahen zu Ende der Saison etwas schlaff aus. Hestia rollte mit den Augen und nahm einen Schluck aus dem verdrehten Strohhalm ihres Frucht-Martinis. Wir haben trotzdem den Pokal gewonnen, erinnerte sie ihn. Das war unglaublich, hauchte mein Dad. Hestia lachte. Freut mich, dass es Ihnen gefallen hat, Mr. Evans, sagte sie. Es ist schön, dass ich meinen neuen Job für sowas einsetzen kann. Wenn du mal wieder ticktest, werde ich mich ganz sicher bei Ihnen melden. Die große Frage ist nun, was schreibe ich in meinem Artikel? Das Gesprächsthema wechselte schnell zu einer unablässigen Reihe von Ratschlägen, die uns finstere Blicke von den Nachbartischen einbrachten. Nach etwa 20 Minuten waren wir fertig mit Essen und Dad bezahlte die Rechnung. Das ist wirklich nicht nötig, Mr. Evans, sagte James und fischte etwas Mogelgeld aus seiner Tasche. Ich übernehme die Rechnung, beharrte mein Dad und winkte alle Hände weg, die auch bezahlen wollten. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, wo ihr doch alle so nett wart und mit einem alten Mann wie mir unterwegs wart. Hestia gab meinem Dad einen kleinen Kuss auf die Wange. Wer sagt denn, dass Sie alt sind, Mr. Evans? Ich schwöre, Sie sehen keinen Tag älter aus als 25. Ich rollte mit den Augen. Und noch jemand, der es nicht lassen konnte. Eines Tages würde ich gerne in einer Welt leben, in der niemand mit meinen Eltern flirtete. Hestia und Sirius apparierten zusammen mit uns zu unserem Haus, nachdem wir das Restaurant verlassen hatten. Fast zeitgleich mit dem Aufsetzen meiner Füße hörte ich hinter mir das laute Klacken einer schweren Tür. Ich drehte mich um und sah, wie Wernon und Betunia aus seinem Wagen stiegen. Ist das Wernon? flüsterte Sirius so laut, dass es eigentlich kein Flüstern mehr war. Was ist denn mit dem passiert? Er sieht aus, als wäre er aus dem Baum der Hässlichkeit gefallen und hätte auf dem Weg nach unten auch noch jeden Ast erwischt. Sirius, tadelte Hestia ihn und schlug ihn mit der flachen Hand auf den Hinterkopf. Nicht so laut! Sie drehte sich mit einem entschuldigenden Grinsen zu mir um, aber ihr lautes Gehen zerstörte irgendwie den Effekt. Merlin, bin ich müde, seufzte sie. Ihr zwei solltet nach Hause gehen. Es war ein langer Tag, riechete ich ihr. Und du musst morgen zur Arbeit. Irgendwer muss es ja tun, sagte Hestia lächelnd. Sie tippte Sirius, der meiner Schwester gerade etwas zugerufen hatte, auf den Arm. Bist du soweit? Können wir gehen? Ich bin bereit, wenn du es bist, Liebling, erwiderte er. Hestia schlang ihre Arm um mich. Ich liebe dich, beste Freundin. Ich liebe dich mehr, entgegnete ich. Sie schnaubte. Ich liebe dich am meisten. So. Ich lachte und sie verabschiedete sich auch von James und meinem Dad. Ich verspreche, ich komme dich bald besuchen, schwor sie. Ich umarmte Sirius und winkte den beiden noch einmal, bevor sie verschwanden. Wir folgten Vernon und Petunia durch die Vordertür ins Haus. James verschwand ins Wohnzimmer und ich wollte es ihm gleich tun, aber mein Dad hielt mich zurück. Hast du mal eine Sekunde für mich, Lils? fragte er. Klar, Dad, erwiderte ich neugierig und ging mit ihm in die Küche. Ich setzte mich auf einen Stuhl neben ihn. Was gibt es? fragte ich. Hast du noch Fragen zum Spiel? Nein, antwortete er und gluckste. Ich hatte einen tollen Tag heute. Sag Hestia bitte noch einmal Danke von mir. Ich nickte. Dieser Sirius ist ziemlich witzig. Ich mag ihn. Ich prustete. Er ist ein echtes Unikat. Es ist schön zu sehen, wie du mit jungen Leuten deinesgleichen unterwegs bist, sagte er. Du warst ganz in deinem Element. Ich zuckte mit den Achseln. Er strich mir eine Haarsträhne, die aus meinem Zopf entkommen war, hinter mein Ohr. Du bist zu erwachsen geworden, mein kleines Mädchen. Ich atmete laut aus. Ach was, Dad, protestierte ich. Nein, ich meine das ernst, Lils. Du hast dich verändert. Du bist reifer geworden. Ich zuckte mit den Achseln. Musste wohl irgendwann mal passieren. Er nahm meine Hand zwischen seine beiden Hände. Ich wollte nur, dass du weißt, dass ich es gut finde. Dass ich erwachsen werde, fragte ich. Die Sache mit James, antwortete er. Oh, machte ich, als ich verstand. Oh. Er seufzte. Ich will dich nicht verlieren. Und glaub mir, deine Mutter hat ganz schön was zu hören gekriegt, als ihr uns davon erzählt habt. Ihr seid beide noch so jung. Aber es ist nicht meine Entscheidung. Es ist deine. Und ich vertraue dir. Du bist ein kluges Mädchen, Lilly. Und James ist ein guter Kerl. Er liebt dich wirklich. Ja, stimmte ich ihm zu. Das tut er. Und du liebst ihn auch? Ich fühlte, wie mein Herz in meiner Brust anschwoll. Sehr sogar. Dad seufzte. Ich weiß, deshalb ist es ja auch so schwierig. Was? Dich loszulassen, erwiderte er. Es ist alles, was ich tun kann, um dich glücklich zu machen. Aber ich weiß, es wird mich schrecklich unglücklich machen. Oh, Dad, seufzte ich. James hat bei mir um deine Hand angehalten. Weißt du, heute früh. Er hat sich entschuldigt, dass er es nicht vorher getan hat und hat um meinen Segen gebeten. Ich seufzte. Das sah James ähnlich. Er wird sich um dich kümmern, auch wenn ich nicht mehr da sein werde. Er wird sich um dich kümmern. Ich weiß, dass er das wird. Dad, warum sagst du das? Das fragte ich und versuchte, die aufkommenden Tränen zu unterdrücken. Er tätschelte meine Hand und berührte mit seinen Fingern den Diamanten, der an meinem Ringfinger saß. Ich wollte dir nur meinen Segen geben, James zu heiraten. Du bist nicht mehr mein kleines Mädchen, Lilly. Du bist jetzt eine erwachsene Frau. Sogar kurz davor zu heiraten, scherzte er und versuchte zu lächeln, aber seine Augen wurden gleich wieder ernst. Und ich würde dich nicht gehen lassen, wenn es irgendein anderer wäre. Ich versteifte mich und wischte mir über die Augen. Ich lehnte mich rüber und küsste ihn auf die Stirn. Ich liebe dich, Daddy. Ich liebe dich auch, Lilly, sagte er. Er legte seine Hand auf mein Knie. Geh schon, dringte er. Verschwinde. Er lachte zittrig. Ich muss sowieso mit deiner Mutter reden. Gott weiß, wie sauer sie ist, dass wir erst zu spät nach Hause gekommen sind. Ich lachte schwach, als er wegging. Ich fand James auf dem Love Seed im Wohnzimmer. Ich wollte gerade rausgehen und auf dich warten, sagte er. Ich setzte mich neben ihn und kuschelte mich an ihn. Treffen wir uns denn nicht bei der Schaukel? Ich antwortete nicht. Stattdessen schlang ich meine Arm um seinen Hals und sah hinauf in seine verwirrten, haselnussbraunen Augen. Danke, sagte ich. Wofür? fragte er. Oh, machte er dann verstehend. Er zerwuschelte mit der rechten Hand die Haare an seinem Hinterkopf. Ich dachte, es wäre nur richtig, das zu tun. Ich fuhr mit den Fingern über die dunklen Härchen an seinem Nacken und legte meinen Kopf an seine Schulter. Ich liebe dich, flüsterte ich mit geschlossenen Augen und sog den Geruch seines Halses ein. James brummte leise und küßte mich auf die Stirn. Er fuhr mit seiner Hand in beruhigenden Kreisen über meinen Rücken. Ich schmiegte mein Gesicht an seine Brust. Der Tag heute hat richtig Spaß gemacht, murmelte ich in sein Shirt. Hm, brummte er zustimmend und seine Brust vibrierte, als er ein- und ausatmete. Ich gehnte. Morgen habe ich meinen ersten Einsatz als Brautjungfer bei der Junggesellenparty, lallte ich schläfrig. Für Toonie. Klingt nach Spaß, sagte er. Ja, stimmte ich ihm zu. Mom hat mir dabei geholfen, die Trauzeugensachen und den ganzen Klam zu planen. Glaubst du, das wird den ganzen Tag dauern? Meine Eltern sind heute nach Hause gekommen und ich dachte, wir könnten morgen zusammen mit ihnen zu Abend essen. Okay, seufzte ich. Ich gehnte und schließlich schlief ich in seinen Armen ein. Ich gehnte und schlief ich in den ganzen Tag. Ich gehnte und schlief ich in den ganzen Tag.